Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin hier gerade mit dem Wipex und wir sind hier gerade an einem besonderen Ort, denn es gibt hier auf CityBild7 ein Grundstück, was einem Spieler gehört, der für 10 Jahre gebannt wurde. Und das gucken wir uns gleich mal kurz zusammen an, denn das wurde heute festgestellt von unserem Team. Ich glaube, Bantau hat es festgestellt, da geht nämlich gerade die Listen durch von gebannten Spielern. Und wir werden heute auch ein bisschen Grundstück bewerten, damit ihr Bescheid wisst. Wipex, kommst du hier mal raus oder willst du heute nicht mitmachen? Nee, ich wollte mich einbauen. Okay, dann machen wir es, wenn auch richtig, oder? Dann machen wir es hier, warte mal. So, okay Wipex, dann machen wir heute eine Folge ohne dich, ja? Bis dann, also. Nein, 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 ich komme, ich komme, ich bin da. Kleiner Cheater. Es geht nämlich heute mal um folgendes Grundstück, Leute. Hier seht ihr schon einen dicken Pfeil. Ich glaube, der Spieler, der hier wohnt, der möchte dieses Grundstück auch noch gerne haben, denn das liegt hier schön am Spawn, also Spawn Gears of City mit 7, das ist einiges Wert hier in der Ecke. Und zwar geht es um das hier. Es sieht erstmal relativ normal aus, also ich finde, aus mich hat es jetzt nicht besonders gewirkt, aber es gehörte eben einem Spieler, der für 10 Jahre gebannt ist. Und 10 Jahre gebannt wird man auf Griefer Games nur, wenn man entweder dupliziert, wenn man sich komplett daneben nimmt, also zum Beispiel irgendwas, ja, rassistisches oder so schreibt, dass dann wird man eventuell auch so lange gebannt. Oder wenn man Echtgeldhandel macht. Eins dieser Dinge trifft auf diesen Spieler zu, deswegen wurde er so lange gebannt und wenn ich ihn mal so ein bisschen umgucke, ihr seht, in seinem Garten Wildbacks ist es schon ein bisschen teurer, ne? Hier gibt es einige Wizard-Schüttel, die haben stattdessen, nur den einen oder anderen. Kann man schon sehen lassen, es wird gleich auch noch ein bisschen... Ein Katzenspawner. Ein Katzenspawner, wirklich? Lull. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, ja. Oh, hallo. Locker war das so einer, der die Katzen so gemacht hat, dass die damals den Server gecrashed haben. Echt? Locker, das war so einer. Ja, ja. Ich glaube, der wurde vor gar nicht so langer Zeit gebannt. Also das ist jemand, der hat auch bisher gar keinen Bannungsantrag geschickt, ich glaube, der hat einfach so eine Strafe eingesehen und fertig. Der hat wahrscheinlich richtig scheiße hier gebaut. Ich finde, es wirkt auch ziemlich dupliziert, Freunde. Ich glaube, es ist wahrscheinlich einer der Duplizierer. Wir gehen am besten mal rein. Hier fängt es schon an, hier gibt es langsam coolere Köpfe. Und dann hier drin auch natürlich wieder richtig viele Abgeköpfe. Und hier dann langsam ein paar Teamköpfe. Wir gehen am besten mal in diesen Raum, weil hier was Besonderes. Hier gibt es eine Menge Truhen Wildbacks, da können wir mal reingucken. Hier ist jetzt ganz viel Lapis drin. Okay, ich glaube, das ist jetzt nicht so wertvoll. Kohle, Eisen und Gold. Okay. Also bleibt auf jeden Fall dran, Freunde. Das Grundstück werde ich irgendwann in den nächsten Tagen verlosen. Vielleicht einfach auf Instagram unter allen Leuten, die mir da folgen. Da heiße ich abge-Instagram, bock, ich kann gerne reinfolgen. Vielleicht auch in einem Stream, wir gucken mal. Ich werde das wahrscheinlich irgendwann in den nächsten Tagen verlosen. Das ist ja eine extrem coole Lage. Und hier seht ihr auch, alle Truhen sind auch voll mit irgendeinem Quatsch. Also deswegen ist es ein aktiver Spieler, der eben richtig Scheiße gebaut hat. Wir gucken am besten mal weiter. Hier steht auch wieder, hier ist nichts gedubt. Alles legend gefarmt war ein Rex. Ja, wahrscheinlich, oder? Alles legend. Wenn das da schon wieder steht. Also, wieso muss das jeder da dran schreiben, wenn er einfach gedubt oder so hat? Das ist so komisch. Das ist unglaublich. Ich verstehe auch nicht, warum alle die Leute, die ein bisschen mehr haben und dupen, die schreiben immer genau solche Schilder hier. Weil wir Admins löschen ja nicht einfach random irgendwelches Zeug, sondern wir untersuchen das ja ganz genau. So, hier steht auch jetzt Bantor, wer schon hier gewesen und so weiter und so fort. Es kann auch sein, dass er wegen Echgerthandel gebannt wurde. Auf jeden Fall ist hier irgendwas nicht koscher. Und wie gesagt, er hat sich bisher nicht mal beschwert. Aber hier geht es jetzt weiter. Unter der Erde sind nämlich diese ganzen Köpfe. Und ich muss sagen, er hat echt coole Köpfe. Guck mal auf den Boden ab, Geh. Ja, da gehen wir gleich noch hin, Uaphex. Da gehen wir gleich noch hin. Lol. Also dieses GS hat es schon in sich. Hier ist einfach ein Versteck. Was? Achso, ja, das ist auch cool. Er hat einfach so ein Portal-Banner. Leute, dieser Portal-Banner alleine ist schon mega cool. Hier ist einfach was hinter. Wo geht es denn hier noch hin? Warte mal. Okay, da geht es nicht weiter. Alles klar. Okay. Gucken wir mal weiter. Aber ich finde das GS echt gar nicht so schlecht. Also das ist echt schön gebaut eigentlich. Also das ist das Ding. Es gehört jemandem, der einfach richtig scheiß... Er ist, wie gesagt, für 10 Jahre auf dem Server gebannt. Ich tippe gerade auf Echgert-Handel oder Duplizieren. Ich müsste es nachgucken. Aber eins von beiden hat er gemacht. Und deswegen ist er so lange gebannt worden, Freunde. Und wenn ihr mal guckt, hier hat so coole Köpfe. Also zum Beispiel hier dieser Kopf ist mega cool. Oder der hat einfach... Ich weiß gar nicht, woher er das kriegt, Freunde. Das ist einfach richtig, richtig cool. Ich finde es auch ein sehr schönes Grundstück. Es gefällt mir echt ganz gut hier. Und ja, kann man auf jeden Fall. Das ist ganz geil. Aber gehen wir am besten mal runter. Jetzt kommt nämlich der Teil, der ein bisschen komisch ist. Hier ist einfach mal alles voller Biegen. Es ist einfach so komplett voll. Wie wirst du da runterbekommen? Ich habe die Barriere einfach abgebaut. Komm, warte. Komm hier durch. Ach so. Ja, moin, du Cheater. Ja, komm hier runter. Guck mal, hier geht es dann auch einfach weiter. Ich will gar nicht wissen, wie viele Barrieren das hier sind. LOL, wie viele Barrieren? Hier geht es dann wieder weiter. Du meinst da. Beacons meine ich natürlich. Was? Das geht noch weiter runter? Ja, das geht eigentlich noch weiter. Wir können mal gucken. LOL. Ja, ich glaube noch weiter geht es nicht. Noch weiter geht es nicht. Geht nur mal in den Gameo 3. Okay. Weil ich glaube, hier gab es auch noch Dracheneier. Moment. Wollen wir kurz schätzen, Abge? Willst du mal alles markieren und wir schätzen beide? Ja, können wir mal. Ich würde sagen, wir sind... Ta... Tausend? Ta... Fünf. Ich sag 2.000. Ich sag 2.000. Du sagst... Warte mal, du sagst 2.000, dann sag ich... Ist das fest 2.000, dann sagst du? 2.000 und 48? Ja, ja, ja. Ich sag... Okay, dann sag ich 900. Okay? 900. Okay. Guckst du es nach? Oh mein Gott, jetzt habe ich Angst, dass ich mich... Also jetzt... Wolltest du nicht nachgucken? Ich kann es auch nachgucken. Ja, guck du mal nach mit WorldEdit, dann kannst du zählen die mal eben. Ich glaube, hier waren noch Dracheneier. Weil die hat er eben auch noch. Also der Typ hier ist anscheinend mega reich gewesen mittlerweile. Also er gebannt, Freunde. Und ich denke, das ist auch zu Recht. Und hier sind auch noch... Ja, hier sind auch ganz viele Dracheneier und so am Start. Aber das ist schon echt ein richtig, richtig krasses Grundstück. Oh, hier geht es da unten. Das ist auch noch was. Oh, okay. Hier ist eine kleine Baumfarme, glaube ich. Also ein bisschen Bäume sind hier am Start. Lol. Und hier auch ganz viele Twitter-Köpfe. Lol. Und auch noch hier Instagram-Köpfe. Und dann noch YouTube-Köpfe. Alles klar. Hat er ja noch irgendwas coole. Der hieß auch noch... Ich muss sagen, der baut echt schön. Dafür, dass er so scheiße gebaut hat, ist das jemand, der halt nicht alles so hingerotzt hat, sondern wirklich schön gebaut hat. Was sagt denn... Was sagt WorldEdit Dropbacks? Wie viel sind das? WorldEdit sagt, sind 1414. 1414? Okay. Ja. Wie viel sind denn 1414? Ja, du hast gewonnen. Du warst näher dran, aber... 1414 mal 1500? Aber ich hätte echt jetzt gedacht, nachdem du irgendwas 500 gesagt hast oder so, dass ich mich weiter verschätzt habe. Aber es war doch 1414. Ja, du warst ganz gut dran, das stimmt. Also dieses Grundstück, Freunde, werdet ihr wahrscheinlich bald verlosen. Ich wollte es euch mal zeigen. Wir gehen gerade die Grundstücke durch von Leuten, die einfach gebannt wurden für 10 Jahre. Und da fällt auch mal sowas hier ab. Also relativ schöne Grundstücke. Aber ich denke mal, das wurde ja auch teilweise durch Duplizieren oder Echtgeldhandel eben gemacht. Ja. Ihr wisst Bescheid. Das geht wahrscheinlich in einem der nächsten Videos oder auf Instagram. Die Tage einfach raus. Da werde ich das dann raushauen. Wir gucken mal. Jetzt würde ich sagen, starten wir mal mit ein bisschen Plots bewährten, Wildpacks. Ich würde sagen, ich schmeiß den Random Generator an. Wir machen 5 Sterne und es gibt wie immer 3 Stufen. Leider habe ich immer noch nicht den schlechtesten Block. Also irgendeiner hat den von euch bestimmt noch. Aber ich habe ihn leider nicht mehr. Deswegen gibt es mal wieder den Haus. Der Haus ist hässlich, Block, Freunde. Aber die anderen Blöcke haben wir natürlich. Und ja, ich würde sagen, ich starte mal den Random Generator. Sag du am besten einfach irgendwann Stopp, okay? Du kannst ab jetzt Stopp sagen. Und Stopp. Okay. Wir sind bei, ja, hier ist natürlich super. Hier ist einfach ein Banner auf dem Grundstück. Ja, nice. Nice. Okay, dann machen wir nochmal, wenn der Generator hat. Ich würde sagen, beste Bewertung. Ja, ja, ja. Mach nochmal, Wildpacks. Sag mal Stopp. Okay, äh, Stopp. Und wo sind wir jetzt? Oh, wir sind hier in irgendeinem Lager gelandet. Oh. Was ist, was geht denn hier ab? Weizen? Okay. Von Lena Craft oder von TML der Steve? Ich weiß gar nicht. Wem gehört es denn? Es gehört, ah, es gehört der Sven. Okay. Oder der Swin. Das ist ja auch ein Riesending. Lass uns gerade mal von außen gucken. Ah, verdammt. Ah, ich dachte, es ist richtig cool. Ah, nee, es ist gemerged. Oh, oh. Es geht weiter. Ah, ja doch, doch, doch. Hier gibt es was Gutes. Das ist ein schönes Grundstück. Ich habe einen Dino gefunden. Meinst du den Drachen? Welchen Dino meinst du denn? Das ist doch hier ein Drache. Ja, das ist ja ein Drache, Dino, ja, was auch immer, Alter. Jetzt hör auf. Der hat hier so einen Kopf in der Hand. Der hat hier irgendeinen Spieler, hat er den geköpft oder was hat er damit gemacht? Das finde ich echt ganz cool, diese Statue. Also die ist echt schön geworden. Dafür würde ich sagen, ich gebe einen kleinen Bonuspunkt. Ein bisschen Bonus gebe ich ihm dafür nachher in der Bewertung. Ansonsten hat er hier noch ein bisschen freie Fläche. Das mag ich nicht so. Das mag ich nicht so, Wipex. Hier ist so ein Vulkan oder so ein Lava-Gerk. Ja, ja, ja. Oh. Lol. Okay. Hier unten ist er aber relativ groß. Was ist los? Guck mal, guck mal unter der Erde. Oh, was ist denn hier los? Okay. Also hier hat er gut ausgehöhlt, der gute Mann. Hier sind dann noch ein paar Maschinen am Start und sowas. Lol, das dauert ewig. Das dauert wirklich Ewigkeiten. Ich hoffe, er hat sich dafür irgendeinen Helfer geholt, der das für ihn gemacht hat. Also das hier, wenn er das alles selber gemacht hat ohne TNT. Ja, das wäre krass. Aber mit TNT geht es noch halbwegs. Ja. Und hier ist so ein kleines Baumhaus. Das Baumhaus finde ich jetzt nicht so beeindruckend, muss ich ehrlich sagen. Es ist halt ein bisschen klein. Also ich finde, vom Gebäude her hat er nichts Cooles. Nichts Cooles, wo er drin wohnt. Der Drache ist schön, unter der Erde ist es gut gebaut. Was macht der hier? Komm mal zu mir bitte. Okay. Was ist das? Ach, das ist eine Farm. Ja, das ist eine Farm. Was farmt man nochmal? Pigments, das heißt Goldnuggets, ne? Farmt der damit Goldnuggets? Schreibt es mal in die Kommentare, bitte. Ich glaube schon. Leute, wenn es eine Goldnuggets farmt, dann kommt es in die Kommentare. Das sieht aus, wenn man hier rumfliegt. Ja, das ist echt. Das ist so groß. Okay. Ja gut, kommen wir am besten zur Bewertung, Wildpacks. Also ich würde ihm... Na, fang du mal an, okay? Hau du mal was raus. Wieso muss ich denn immer anfangen? Das ist voll schwierig. Ich habe schon lange keine Plusbewerten bei dir mehr gemacht. 3,75. Ich gebe eine glatte 4,0. Für mich ist das eine 4. Und ich gebe ihm noch 0,1 Bonus wegen dem Drachen. Und weil der Kopf hier so cool ist, ich gebe eine 4,1. Das heißt, wir kommen auf 3,9? Nee, ich mache... Ich mache 4,0. 4,0? Okay, machen wir 4,0. Ich denke, das ist ganz fair, Freund. Okay, Wildpacks. Ich schreibe jetzt hier einfach mal ein Schild, dass wir es bewertet haben. Soll ich es hier mitten draufsetzen, vorne? Oder wollen wir es hier setzen? Einfach da? Mann. So? Ja, mach einfach da hin, ja. Okay, dann sieht er auf jeden Fall, dass wir hier... Ja, eigentlich machen wir es ein bisschen an den Rand kommen. Nicht, dass er sich nachher noch geärgert. Machen wir es hier vielleicht da, wo das andere Schild war. Und zwar schreiben wir jetzt wieder... Schreibe ich es dann dann richtig oder falsch? Oh, du schreibe... Oh Mann, was soll das denn? Wir haben das jetzt so lange schon nicht mehr gemacht. Und jetzt kommst du wieder so. Oh, du schreibst falsch. Ja, ganz genau. So, 4 von 5 Sterne, ne? So, mit 4 von 5 Sternen. Ja. So, ich hoffe, er hat viel Spaß mit dieser Bewertung hier. Und wir gehen am besten direkt mal zum nächsten Grundstück. Wo sind wir denn? Oh, wir sind, glaube ich, diesmal in einer Farm. Ja, okay. Ja, gut. In einer Farm? Ja, wir sind... Der ist hier gerade am Farm, wie ich das sehe. Der hat hier schon 20 Skelette gestapelt. Aber ich fürchte... Warte mal. Das ist ja... Hey, ich dachte, das ist jetzt hier so ein kleines Mini-Ding. Wo bin ich denn gelandet? Wir sind hier in der untersten Ebene von einem riesen Komplex, Ypex. Was? Echt? Lol. Flieg mal nach außen? Okay, das ist ja gar nicht... Das ist ja gar nicht so ein kleines Ding. Was hat der denn hier gemacht? Der hat hier... Der hat alle seine Freunde hier gepixelt als Kopf, okay. Mit Beacons. Ach, da! Oh, das ist auch cool. Das gefällt mir gut so. Das ist kreativ hier. Und das finde ich auch ziemlich cool für die Freunde, dass sie hier quasi so ein kleines Andenken haben. Was ist hier oben? Hier gibt es noch eine Pyramide. Es gibt noch eine Pyramide. Hier ist ja eine Pyramide. Und hier ist noch eine Pyramide. Warte, was hat er hier gebaut? Was hat er... Der hat ja verschiedene Themenbereiche, wo er jeweils einfach so Gebäude reingebaute. Oder was ist das? Und hier oben ist auch noch so ein anderer Tempel oder sowas. Das ist ja wirklich giga... Und der hat auch ein Leuchten aktiviert. Das finde ich ganz cool. Also, dass er Leuchten anhat... Oh, ne, es ist der Nachbar. Der hat Leuchten an, okay. Dann ist es nicht von ihm. Dann können wir da auch nichts für Bonus geben oder so. Aber das gefällt mir doch eigentlich alles hier recht gut, Freunde. Auch hier hat er wirklich so ein paar Themengebiete, kann man sagen. Das finde ich alles relativ nice. Ja, das gefällt mir gut. Hast du schon eine Idee für eine Bewertung? Ja, ja. Ne, aber du bist jetzt erst dran. Ich darf diesmal anfangen. Ja. Ich finde... Also, das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass er alles so auf einen Grundschick gepresst hat. Es wirkt nicht so zusammenhängend. Deswegen... Also, es wäre cooler, wenn er das... Also, wenn ich einen Grundschick mit einem Thema hätte und so, das wäre viel cooler. Aber auch so ist es einfach super schön gebaut. Und ich bin mir auch sicher, wenn er mehr Platz hätte, würde er auch noch anders bauen. Weil der hat hier wirklich super platzsparend gebaut. Was man ihm nicht vorwerfen kann, ist, dass er irgendwas unbebaut hat. Weil hier ist eigentlich nahezu alles bebaut. Also, obwohl ja gut, hier sind ein paar Etagen nicht. Aber sonst hat er wirklich fast alles hier komplett bebaut. Obwohl ich sehe, das sind schon einige Etagen, die wirklich so mit ruhenvoll sind. Ich gebe jetzt mal hier, so wie ich das sehe, 3,75. Was gibst du? 3,75, das wollte ich auch sagen. Aber... Aber du sagst... 3,8. Du gibst sogar 3,8. Warum gibst du was besseres als ich? Ja. Okay, na gut. Weil ich netter sein wollte als du. Alles klar. Okay, gut. Dann machen wir ihm doch auch mal einen kleinen Adminrand hier vorne. Und setzen ihm eine kleine Bewertung. So. Und wo kommt das Schild hin? Wir machen es wieder an den Rand, oder? Obwohl, hier können wir es vielleicht... Am Rand. Ja, ich stelle es mal hier so hin. Bewertet von Ypex und abge mit... Was hatten wir gesagt? 3,8 machen wir, ne? 3,8 von 5 Sternen. Viel Spaß damit. Und wir machen noch einen letzten, würde ich sagen, in dieser Folge. Ich hoffe, dass wir nochmal einen kriegen über 4,5. Also 4,5 ist bei uns in diesem Format hier wirklich, wirklich schwer. Oder wir haben gleich einen Totalausfall. Ich würde sagen, du kannst mal wieder Stopp sagen, Ypex. Ich lasse es laufen. Also sag einfach hier, dass jetzt Stopp, okay? Jederzeit. Ja, irgendwann gleich. Nicht, dass die Folge jetzt ewig dauert, okay? Irgendwann gleich. Also jetzt. Dann Stopp. Okay, super. Ja, sehr gut, Ypex. Der hat hier... Warte mal, ich mach mal ganz kurz den Teller. Hey, siehst du, hättest du Stopp gemacht, als ich Stopp gesagt habe und nicht erst jetzt gefragt, dann wäre das nur ein nünftiges... Ich glaube, selbst die Truhen sind leer. Och, der hat ja wirklich gar nichts hier. Leute. Warte mal, ich gönne dir mal hier das Bad Rock. Aber ein Ultra-Rang. Das ist was wert. Aber ein Ultra-Rang. Komm, lieber Karlsruhe Haze. Ja, genau. Wir gönnen ihm einfach mal das, was wir hier überhaben. Das brauchen wir jetzt eh nicht mehr hier. So, viel Spaß damit. Ich hoffe, du kannst dir damit was Cooles kaufen. Und wir machen das Ganze nochmal. Sag am besten nochmal jetzt. Stopp. Stopp. Ja, Ypex. Super, da ist das nicht so gut. Oh, komm, dann checken wir dem auch eine Kleinigkeit. Diesmal gebe ich einen Endportal-Rahmen. So. Viel Spaß mit dem Endportal-Rahmen. Machen wir es nochmal. Ich will es aber immer übertreiben, oder? Dann gebe ich hier eben einen Evels-Baumeister-Spitzhacke. Okay. Äh, stopp. Okay. Und wir haben hier... Ja, oh. Das ist aber groß. Hölle. Oh, okay. Wir sind bei der Hölle gelandet. Wieso sind hier so viele Leute? Wieso sind hier so viele Leute? What? Hölle. Okay. Was ist das hier? YouTube. Oh, das ist von Dobermann. Okay, ich glaube, den Namen kenne ich. Das ist jemand, der super, super, ich glaube, reich ist. YouTube. Oh Gott, hier ist wirklich... Alter. Alter, was haben wir denn jetzt gefunden? Das ist wirklich sehr, sehr riesig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, ist das groß. Okay, okay. Ich glaube, hier haben wir eins, was über die 4,5 gehen könnte. Ich hoffe, es ist gut gebaut. Allein die ganzen Karten hier, Y-Packs. What? Das sind so viele Karten. Das sind echt krass. Harry Potter, Alter. Das war die GS-Helfer. Hier sind... Hier sind auch so viele Köpfe und so. Wie hat der das? Das ist ja auch so groß wieder. Skinnen riesig. Wo geht es hier noch hin? 34 Pigmen. Ach, hier ist eine Community Farm. Okay, allein für eine Community Farm gibt es erstmal einen kleinen Bonuspunkt hier. Das müssen wir uns merken. Community Farm finde ich super cool. Deswegen sind die auch so viele Leute, oder was? Es kann gut sein, dass die hier sind zum Farm. Weil ich gucke gerade mal, wo die Farm denn ist. Findet man... Ja, hier ist... Yo! Die ist ja richtig am Abgehen. Habt ihr das gerade gesehen? Alter, okay, das ist krass. Ach, hier oben sind... Ja, Moin! Ich hab ja gesagt, Dobermann ist ein bisschen reicher, Freunde. Ich glaube, ich hatte recht. Guckt mal, die ganzen Spawner hier. Also, allein die Spawner hier sind ein paar Millionen wert. Boah, okay. Okay, das ist krass. Das ist krass. Ich würde gerne mal wissen, woher der jetzt den ganzen Reichtum hat. Also, der ist ja mal so, Witch, hier. Hier oben ist noch irgend so eine... Oh, hier sind auch noch Karten am Start. Lol, das ist echt krass. Gibt sogar einen eigenen Höllen-Shop. PH-Höllenshop, lol. Steht hier einfach auf dem Banner drauf, lol. Ich muss aber sagen, coole Gebäude habe ich bisher nicht entdeckt. Also, den Neta finde ich toll gemacht. Das ist ein toller Neta. Der Drache hier auch wirklich schön. Aber mir fehlt noch so ein richtig geiles Gebäude, weißt du? Das fehlt mir jetzt gerade noch. Hier ist ein Guest, okay. Ich hoffe, da kommt jetzt was gleich oben. Und? Ne, hier ist nichts, ne? Hier ist nichts, okay. Hier ist nichts. Warte mal, der... Lol, ich dachte gerade, der schwebt da wirklich ab. Ich war gerade so richtig weit weg von dir, du sagst so, da ist ein Gas. Ich so, warte mal, wie hat der denn gespawnt? Dann sehe ich den da und ich dachte, das wäre ein echter. Also, der ist echt nicht gebraucht, lol. Ja, der ist so im Dunkeln, ne? Man sieht den ganz schlecht. Oh, hier ist noch ein Lager drunter. Man würde echt denken, dass ein echter ist. Ach, hier ist das... Hier ist das Dobermann-Lager, wo er alles mit gebaut hat. Ist das hier von... Oh, ich guck mal, wer hat das denn gebaut? Ja, klar. Der hat doch wirklich den Gas-Spawner. Ich weiß, warum er so reich ist. Ich weiß, warum er so reich ist. Das ist doch wirklich Gas-Spawner abgehört. Ich komme gleich zu dir, aber guck dir mal die Liste von vertrauten Leuten an. Das ist ein riesiger Clan, die hier zusammengeschmissen haben. Okay, das ist krass. Ich komme mal zu dir. Ja, hier ist... Wie hat der bitte einen Gas-Spawner bekommen? Ja, das frage ich mich auch. Okay. Wie groß ist das Merch eigentlich? Also, Leute, ich glaube, die Folge geht gerade ein bisschen länger hier. Verzeiht das bitte. Aber das ist ja wirklich ein krasses Grundstück hier. Das ist 1, 2, 3, 4... Obwohl 4er nur. Und hier sind es dann, ich glaube, auch nochmal 4 oder 5. Das heißt, es könnte sogar noch vergrößert werden, wenn der Platz da wäre. Ich würde sagen, wir kommen zur Bewertung, Wirepacks, okay? Lass uns mal bewerten. Diesmal fängst du wieder an, würde ich sagen. Oh, nee. Dann gebe ich genau 4,5. Also, mit Bonuspunkten gebe ich 4,5. 4,5. Okay. Ich gebe... Also, ich finde, es ist kein Fünfergrundstück. Für ein Fünfer ist es einfach... Es muss krasser sein. Selbst einige Hunderter Merches sind keine Fünfergrundstücke. Ihr wisst, es ist super schwierig, hier wirklich die Endstufe zu kriegen. Aber es ist für mich ein 4,5er. Da stimme ich zu. Aber ich gebe noch ein bisschen Bonus. Ich würde sagen, für die Community Farm gibt es nochmal 0,2 Bonus. Dann geben wir 4,75 für Wirepacks, okay? Hau mal eine 4,75 raus. Okay. So, dann schreiben wir das. Wir haben ja eh schon einen coolen Admin-Rant hier. Ich schreibe das einfach mal auf die andere Seite. Und zwar bewertet von Wirepacks. Schreibe ich dir richtig oder falsch, Wirepacks? Du schreibst mich natürlich falsch. Du denkst immer so schlecht von mir, Wirepacks. Obwohl du... Nein, du hast nicht letztens zwar auch richtig geschrieben, aber... Dann können die Leute endlich mal wieder lernen, wie ich richtig geschrieben werde. Das ist gut. Ich weiß, viele schreiben Wirepacks. Das ist ganz cool, Freunde. Mittlerweile wird Wirepacks auf dem Server immer falsch geschrieben. Ich glaube, viele machen das auch einfach, weil sie denken... Warte, wir können ja mal sagen, wie heiß ich, Fragezeichen. Da bin ich wirklich spannend. So, die kriegen jetzt erstmal hier noch das kleine Item in die Ecke. Okay, that's right. Achso, nee, die sollen natürlich... Okay, die meisten schreiben aber tatsächlich... Ja, ein paar Schreiben hier. Übrigens, wir haben vergessen, gerade noch die Item draus zu haben. Das machen wir jetzt nachträglich noch. Wir sind aber am Ende der Folge. Checkt gerne Wirepacks ab. Denkt bitte unbedingt an einen Daumen nach oben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Haut rein. Bis dann. Und tschüss.